So. Mit dem Ausstab bauen wir schon viele Punkte auf. Im Spiel passieren schon viele Fehler, das ist kein Thema. Aber mit dem Ausstab müssen wir auch Risiko machen. Deswegen kommen diese Fehler. Aber auf der anderen Seite, mit dem Risiko bringen wir schon was im Spiel. Das zweite, was für uns wichtig ist und was wir gut machen, ist, dass unsere Jungs Kampfgeister haben und mit dem Kampf kommen wir immer wieder zurück ins Spiel. Die 1. Bundesliga ist ja gesichert. Wir werden auch nächstes Jahr angreifen und versuchen alle Strukturen, die wir haben, auch im Verein noch zu verbessern. Es gibt noch sehr viele Bereiche, die wir bei unserem Spiel verbessern können. Zum einen einfach ganz stabil in der Annahme zu stehen, uns im Block noch weiterzuentwickeln und sobald der Ball über der Netzkante ist, auch den Punkt versuchen zu machen. So ganz klar, wir werden es bei der Nahrung auch ein. Jetzt bis jetzt, wir werden besser aus. Das war alles. So kann ich meinen Mann und ich finde, wir haben einen Platz zum Schlag gemacht. Musik Das war alles. Hallo, mein Name ist Uwe Sollmann, bin der Trainer der Frauenmannschaft, Bayernliga-Frauenmannschaft von der Sportvereinigung Eicher und wir haben heuer hohe sportliche Ziele. Von der sportlichen Seite her stehen wir momentan auf dem Viertabellenplatz, 5 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Frauenbiburg, wobei ich sage, dass wir eine kleine Serie hatten mit vier Niederlagen in Folge, wo wir immer mit einem Tor knapp verloren haben. Hätte nicht sein müssen, war leider so. Ich denke aber, dass wir nach einer vernünftigen Vorbereitung jetzt im Winter noch gute Möglichkeiten nach vorne haben, uns zu verbessern. Wir wollen auf jeden Fall Platz 1 holen. Das ist Ziel, wenn ich auf den Platz gehe, jedes Spiel gewinne. Ob es so sein wird, wird man sehen. Aber ich sage mal, generell hat die Mannschaft das Potenzial. Wir sind ein Kader von der Größe von 19 Spielerinnen und der ersten Mannschaft in der Bayernliga-Mannschaft. Die Stärken der Mannschaft in der Bayernliga ist auf jeden Fall eine überragende Kameradschaft, ein Zusammenhalt, der sich sehen lässt, wo man überall suchen kann. Habe ich noch nie erlebt im Fußball so wie hier im Frauenfußball. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass sie sehr ehrgeizig sind. Jede will spielen. Jede ist natürlich sauer, die auf der Bank ist. Muss so sein. Ja, müssen auf mich sauer sein. Aber das ist nach dem Spiel vergessen. Und dann müssen sie mir zeigen, am nächsten Spieltag wieder in die Mannschaft reinzukommen, durch guten Trainingsfleiß unter der Woche, um dann hier zu den ersten Elf zu gehören. Wir sind ein Team! Dieser Mann! Guter Mann! Dieser Mann! Guter Mann! Spreutler des Jahres! Hallo, ich bin der Michael McBöhm. Ich bin der Head Coach des BBC Coburg seit nunmehr zweieinhalb Jahren. Warum sind wir jetzt da, wo wir sind? Ich muss sagen, im Vergleich zur letzten Saison ist ein ganz großer Vorteil, dass wir dieses Jahr den Leistungsdruck auf mehreren Schultern verteilen können. Das heißt, wir haben eine viel bessere und tiefere Bank als in der Saison zuvor. Die Ergänzungen, die wir im Sommer gemacht haben, waren optimal auf fast einen Positionen. Und ich denke, damit sind wir auch zu Recht momentan Spitzenreiter in der Bayernliga Nord im Basketball. Was ist zu tun? Ganz klar, wir sind nicht perfekt, sonst wären wir nicht nur in der Bayernliga, sondern vielleicht jetzt schon in der Bundesliga. Es ist aber unser Ziel, dass wir weiterhin aufsteigen. Dazu gehört natürlich, sollte der Aufstieg klappen in die Regionalliga, dass wir uns in der nächsten Saison auch wieder gut ergänzen. Ich denke, da wird es wichtig sein, dass wir vor allem auf den großen Positionen noch ein, zwei starke Spieler bekommen, die uns zumindest den Klassenerhalt sichern oder vielleicht sogar auch die Möglichkeit geben, weiter aufzusteigen in der ersten Regionalliga. Ansonsten vom Spielerischen her denke ich, wir haben dieses Jahr wirklich in der Offensive vor allem unsere Stärke. Verteidigung ist ein bisschen noch ein Schwachpunkt. Da arbeiten wir natürlich dran. Es ist immer wieder wichtig, die Leute zu motivieren. Gerade dieser alte Spruch im Basketball, Offense wins Games, Defense wins Championships. Wir werden weiter daran arbeiten. Ich hoffe, dass unsere Mannschaft so zusammenbleiben kann und für das nächste Jahr hoffe ich uns allen eine verletzungsfreie Saison und wenn möglich einen weiteren Aufstieg. Vielen Dank.